Hi meine lieben Zockis, weiter geht's mit dem Double Feature. Jeden Tag ein neues Video. Heute wollen wir den. Hier auch was mit Drachen. Was nehmen wir denn da? Machen wir denn hier die Drachen? Oh, ich nehme ein Magic Mirror, ein Deluxe 2, der wäre natürlich cool. Ah, Legacy of Fire, das ist auch ein schönes Spiel. Ich glaube den nehmen wir. Hier lassen wir einen Euro, ich mache weniger. Da gibt es so schwierige Beispiele. Das nervt mich. So, 80 Cent und hier lassen wir auch 80 Cent, das ist ja wurscht. Ja, ab geht's Leute, viel Spaß. Immer reingegeldet, immer reingegeldet. Ach, das ist ja das Spiel, wo es, ah ja, Legacy of Fire, das ist das Spiel, wo Scatter auch Wald ersetzt. Nee, Wald auf Scatter, so ist es, genau. Also ein Wald ersetzt auch die Scatter, das ist echt. Ja, hatte ich schon mal gesagt. Es gibt da ein paar mehr Paar-Spiele, die fallen mir aber jetzt nicht ein. Mir hat mal einer geschrieben, ich weiß gar nicht, wie viel es da gibt. Ich weiß es auch nicht, ich habe ja bloß 600 verschiedene Spiele. Kann ich nicht alle kennen, aber dass das Scatter durch Wald ersetzt wird, schreibt mir mal in die Kommentare, bei welchen Spielen das noch für ist. Oh, jetzt zum Beispiel. Ah, lustig. Oh, lustig ist es, genau. Ah, komm jetzt. Boah, Doppelchance gleich am Anfang, meine Herren. Ich denke jetzt, ihr feiert auf dieser Dreilinie, genau, ja, der spielt man auf drei Linien. Ja, jetzt hauen rein. Ja, hab ich schon gesehen, vorbei gelaufen. Ja, mein Jack-Van-Harm-Video habt ihr offenbar vor ein paar Tagen alle angeschaut. Ihr wisst ja, der ist ganz, ganz günstig zu haben. Leider aus Ebay wieder rausgeflogen, ist nochmal eingestellt. Hoffe, dass ich den gut loskriege. Schönes Anfängergerät, richtig schön für Partykeller, Spardose. Jochen Graaf. Ja, ich weiß. Die ganze Zeit. Ich weiß. Die ganze Zeit. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ah, das Double Future, das Double Future, aber auch keins, krass. Na komm Legge sie, einmal kannst du ja geben, er ja auch übrigens. Na komm Legge. rein Das ist so schön, ne? Go! Go! Ich meine Kartenstelle! Immer wieder eine Doppelchancen! Die ersten drei Walzen, hinten kommt nix. Na, da sind sie gekommen, so! Schön, schön, schön! Ich spiele, falls ein 1, 2, 5 kennen, alle drei Positionen über jede Linie, sehr gut! 80 Cent ist jetzt nicht ganz so wenig, da könnte es schon was geben, ne? $5. Hexнул. Year�, ça muss ich ein bisschen fest wie also. Es ist so komisch, die ich jetzt in Deutschland nachdenken, undك distribute auch Ruhe für einen Ort. Ich hierissä, keine танagnostelle, ich hier auch beim Klassen, Untertitelung. BR 2018 Oh, die Wunscher. Was ist denn das? Das ist ja jetzt schon eine Brunze. Jetzt schon eine Brunze. Komm, eins noch. Silber. Gerade. Die Neun, die Neun, die Neun. Gib mir die Neun. Gib mir die Neun, komm. Alles von Räubern. Oh, das ist gut. Was hat er jetzt mit dem Dragon Strasher los, warum zuck, ruckelt der so? Kackt mir doch jetzt nicht dann irgendwann hier das Spielpaket ab? Eieieiei, fällt mir gar nicht, Freunde. Fällt mir gar nicht. Jetzt hauen wir mal rein, jetzt, jawoll. Lassen wir ihn aussuchen, ne? Kischtling und Queen, ja das ist gut, weil da kann man mal eine Dreier, eine Vierer, Fünfer vielleicht ziehen. Das ist gut, weil wir ihn nicht tun können, wie wir ihn nicht tun können. Musik Die Doppelfreispiele waren es auch wieder. Meine lieben Zockis, sehr schön. Da haben wir noch mal Freispiele jetzt. Schade. Ja, haut nochmal ein Abo, Like rein und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Schön. Freispieler gesehen, wie immer. In meinen 10-minütigen Videos probiere ich immer mit Freispielen voll zu packen. Klappt meistens. Verwerfen tue ich wenig, aber es kommt auch vor. Haut rein, Leute. Bleibt mal gesund. Alles Gute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017